ARD Text im Auftrag von Funk Ein Haufen Scheiß, Dreck haben die Viecher wieder... Oh, ich fülle ihn jetzt nicht. Wie sieht's hier kürtmäßig aus? Kennen wir mal Schimibensch? Ich weiß es nicht, mir fehlt ein Devil. Was für ein Devil brauchst du? 90. Ich bin 89. Ich baue Flose. Oder Baumplattform. Ich mache Baumplattform. Sind die in der Werkbank? Aber eine Metallbaumplattform, oder? Nein, mache ich. Ich habe nur geleistet. Ich baue jetzt erstmal nur eine Holzplattform zum Level. Metallbaumplattform, oder? Okay, Holz. Gut. Ähm... Soll ich noch sagen? Wann ist... Wann wäre dann eigentlich die nächste? Äh... Mittwoch. Wieder Donnerstag. Mittwoch? Ja. Ist es dieses Mal nicht wieder Donnerstag? Donnerstag. Donnerstag. Donnerstag, ja. Mach gleich wieder die Electronics. Mach gleich wieder die Electronics. Genau. Wie hieß denn jetzt der... Teleporter? Oh, hoffe ich noch. Sorry. Äh, wir brauchen noch zwei Electronics. Äh, dann kann ich zwei Purits herstellen. Alles klar. Wollen wir die Purits dann schon mal aufstellen? Nein, doch. Hier geht's. Ja, alles klar. Ich will es mit Wasserhaut, aber sie Schelfiner macht. Mein OBS ist gecrashed, was bedeutet meine komplette Aufnahme für heute ist. Adieu. Olé. Olé. Olé, olé. So, wie bitte? Ähm, muss soll... äh, ähm, soll ich dann schon mal zwei Turrets herstellen? Was für Turrets? Ähm, Tech Turrets. Ja. Aber ich brauch ein Level. Darf ich? Ja, sie muss Level steuern. Ja, 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 um Gottes Willen. Mach, mach. Aber das Problem ist, wir brauchen einen Tech-Generator und der Tech-Generator keinen Tech-Turret. Ja. Ne, 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 ne. Und dafür fehlt noch mal Tal. Dann... Aber wir haben noch keinen Tech-Generator. Nein. Was für Sie? Mit Hals haben wir kurz, dann bist doch lange. Äh, hast du X-Armen mitgebracht? Ne, waren gerade Silpenny. Ja, wir müssen beim Castle hin. Da gibt's welche. Ah, scheiße. Ah, okay. Jetzt muss ich hören. Ich bin gleich bei dir. Das hört sich doch gut an. Und der Dillie ist auch gleich fertig. Hm. Ich glaub ich nenn den Rolli der Roller. Alter, nehm doch alles. Ähm, weisen dummen, hängt der Hut, geht mal Musch. Wer hat denn Darts den zweiten Resort gebaut? Aber ich soll doch hören. Ha. Ja, bitte. Oh, du fettes Ding, fress noch einmal. Mann. Handfutter, mach ganz viel Handfutter. Wir haben keinen Schlind. Wahnsinn, der Dill ist jetzt schade. Weißt, ich bin auch fast bei dir. Wir sind gerade Planlos, wir sind bald. Also warte bitte da, sonst finde ich mich gar nicht mehr. Portet dich dann mit einem zurück und gehen. Ja, aber ich hab noch immer fast tausend. Ich batze in den Fabricator. Oh, der der. Also wie viel Zeit haben wir jetzt noch? 19 Minuten. Haben wir irgendein Tier, was gewastet werden könnte, falls es stimmt, dass es nicht schlimm ist? Oh, nein, 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 nein. Pferde. Aber das weibliche Pferd, das muss man irgendwann demnächst mal ja. Wir sollten uns einfach mal von der Pferde ziehen. Hast du Damage-Klagen gesehen bei Rudi? Nein, aber ich war gerade ein bisschen selber beschäftigt. Ich? Nice, von der Mitglied. Der Beine hat einen Fallschaden direkt. Der ist anscheinend erhöht, der ist mit der Produktion anscheinend schneller als normalerweise. Ja, super. Das ist voll heftig. Der müsste eigentlich schon voll sein. Der Schweine ist ja auch schon so. Also läuft das. Wo muss ich die? Ja, deswegen wollte ich ja das Schweine besorgen, weil ich ja wollte ich schon einen hab. Ich kann aber noch welche holen. Wo muss ich die, wenn die ich sie? Was hast du Dokument? Oh mein Ohr. Was weiß ich, wie? Ich seh's. Ähm, beim Castle in den, äh, in den, ähm, in der Nähe von Monkey City. Hm, das ist doch das Castle. Central Canyon. Central Canyon. Ne, Jungle. Jungle ist es, ne? Nein. Das ist oberhalb der Viking Bay in Richtung, äh, in Richtung des großen Schlosses. Ja, was für Koordinate sind das? Um das, um das Schloss rum. Chaudi? Nein, ich komm nicht. Ich muss den Teleporter jetzt zurückbauen. Oh, nein. Moment, ich guck mal kurz. Der Teleporter, ne? Ähm. Ich muss mich erstmal orientieren, Moment. Wo ist die Viking Bay? Da ist die Viking Bay. Ähm. Hier ist das Schloss, glaub ich. Ui, der Junge, alter Terrorbird. Also im Normalfall müsste das Schloss auf der, äh, Lon-Koordinate 85 circa sein. Wenn ich da jetzt richtig bin. Äh, nicht porten, bitte. Außer, dass ich den Dödel mit porten. Äh, dann hab ich den Dödel jetzt mitgeportet. Und dann hast du jetzt ein 200 irgendwas Dödy mit. Wohin? Ja, schicken wir einfach zurück. Jo, mach doch. Ja, cool. Ich lehne mal einen Dödel-Fatten. Ähm. Wir sollen der Base A kommen? Warte. Ja, ist angekommen. Okay, ich geh mit meinem Dödel-Kolleo geh ich schnell nochmal einen Dankbüdel holen. Ich hab grad ein bisschen, äh, also aus dem Ding raus. Du den Dödel bitte weg. Warum bin ich so schwer hier? Du die... die Kostner. Nicht anschauen, rausholen. Oh, was ist das? Okay, ich werd jetzt gleich... Oh, der Scheiß-Federick. Oh, der Scheiß-Federick. Ui, ich kann nicht mehr. Anokwa... Ne, hört nicht zu. Anokwa, was regst du die ganze Zeit? Hey. Ich hab gleich rausgeflogen. Hehehe. Auf deine Frage. Wer war das jetzt? Anokwa ist rausgeflogen. Ich hab mir in die Base gezogen. Oder auch nicht, der Henker. Mit dem 2-O-B-S-A-Quart abgekackt sind. So, jetzt hab ich in die Base gezogen. Ich port mich jetzt, äh, zum Vulkan. Hoffentlich ist der Typ mit dem Saber wieder da, noch zu erledigen. Diesmal. Die Katze ist jetzt noch ein bisschen schneller als zuvor. Die Katze ist ganz böse. Wird das erste Mal impfen und was willst, Kibble? Ja. Was für'n Kibble? Ankylo-Kibble. Und vorwarte auch noch einen Dangle-Kibble. Ah, da vorne sind sogar zwei. Ha! Und, Polymer gibt's auch wieder. Machen wir den Dangle-Kibble. Äh, den Dödel gleich vom Teleporter runter. Äh, ich hab den Dödel vom Teleporter runter, weil, äh, sonst hätt ich ihn wieder mitgeportet. Anokwa hat nur nicht reagiert, dass er ein Runder tun soll. Ähm, ich bin beim Leuchtturm. Wow. Ne. Der Kibble ist aber auch. Leuchtturm ist völlig falsch. Ja, ich hab die Koordinatien, die du gesagt hast, ist Leuchtturm. Äh, ich hab nur einer. Mann, ich komm kurz auf die Karte. Äh, du bist... Ich bin jetzt recht auf die Mitte. Ich bin jetzt recht auf die Mitte. Ja, kein Wunder. Stopp mal, stopp mal. Du hast mir nicht zugehört gehabt. Ich hab gesagt, Lon-Koordinate 55. Lon. Und das heißt wiederum, ich denke mal circa bei... Ja, eigentlich ziemlich genau... Drei und... Drei und vierzig. Hier läuft ein Babypferd rum. Ja, bei 43... Wo ist es dann? Wo ist es dann? 27, 43. Ist, ist genau das Castle. 27, 53. 27, 43. Okay, vielleicht schaffe ich's noch. Aber es ist ein weibliches Pferd. Warte. Oh, hab mich in die Base gezogen. Dankeschön. Und der nächste, Dankbeetle. Ich bin schon wieder nicht leer. Oh, Rony, der Roller. Ich brauche Steine. Ja, Steine brauchen wir die ganze Zeit. Ja, ich brauche 15 Steine für... Für die Dingsdaten. Vorsicht, Fähchen. Ich bin überladen. Nee. Ich hab' übrigens... Ich hab' übrigens... Ich hab' übrigens... Ich hab' den Dingsdaten... ... für'n Galilien... ... und Sattel gefunden. Wohin? Und wenn er nicht überraten ist... ... schmeiß' ihn weg. Ja, okay. Jetzt näher steht's der Rekan-Peleporter. Ja, das kann sogar sein. Aber das schaffst du von zeitlich nicht mehr. Wow! Scheiß-Viecher. Direkt aus dem Täter-Potter. Und schon wollte ich mich in die Lava schmeißen. Wenn ich nicht losgerennt werde. Dreckvieh. Äh... Was für'n Vieh. Boah, wir haben's'n Deck-Wifel. Wer? Ich weiß nicht mehr, aber sie schießen auf mich. Wir werden's gleich. Vulcano! Versterkung! Ja, ich komme. Leute. Wir haben nichts. Terror-Birds. Kano und... äh... Terror-Birds zum Ablenken. Und ich... ich geh mit dem Ding. Ich geh mit dem Thriller. Ich parte. Go. Warte noch nicht. Ich mit Terror. Drei... Zwei... Eins... Na. Gott, das geht schon weiter. Das ist sie. Oh, ich will den P-Potter-Clicker. Oh, 600 Damage. Ui. Oh! Ja, das bin ich. Ich bring's dazu, Eich. Passt du da raus. Ui. Ja, ich hab' keiner. Super! Ich bin fast tot. Nett, steh! Ich seh' nicht. Komm zum Sterbe! Wir rennen noch ein Typ mit Thüla rum. Ja, der Typ mit Thüla hat mich fast getötet. Bin beinahe tot. Los, machte... Anoukva, machte Teleporter auf. Hopp, Base. Nein, 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 nein! Los nicht die Rennereien! Flüchte einfach! Hortet euch zu Highlands oder so einfach. Ja, dann kommen sie nach. Wer ist denn das da vorne? Wer kämpft dann gegen sie? Also, ich renne gerade Richtung Schneeby. Tricksal, ihr müssen Kontaktrennen. Ich bin schon sicher. Anoukva, tschüss. Gut. Jo, tschüss. Die anderen sind alle wegkommen? Ich... Nein, ich... Ich bin... Ich renne gerade in die Highlands. Zu Fuß. Du bist zu Fuß? Ja. Also, äh... Mit Thüla Colio natürlich. Ich bin aber beinahe tot. Rennen sind sie da noch hinterher? Äh... Ne, ich war schon sicher. Das ist das Gute. Mit Thüla Colio kommst du einmal frei weg. Was haben wir noch? Noch nicht. Noch nicht. Wir sind noch andere dran. Wo bist du? Ich bin... Äh... Also, in Richtung blauer Art von den Kampfplatten ausfliege ich. Ich habe aber immer noch... Was braucht man denn für Tech Rifle? Äh, lass doch auch Tech Rifle machen. Ah, ich glaube... Los. Bist du los? Also, der Typ mit dem, äh... Kühler hat ein paar Tieren. Ja, du bist jetzt los. Hab das Gefühl. Ja. Zumindest hab ich länger keine Kürze mehr gehabt. Ähm... Wir könnten auch Tech Rifles machen. Was callst du denn die? Oh no... Ich runde auf... Äh, halt... Die kosten... 20... 450 Metall. Ja, genau. Das ist teurer. Ja, ich hole mir ein bisschen Polymer aus dem Ding hier raus. Dann kann ich ein paar Rockies machen, okay? Ich mach. Jesus. Ich bin... Ich bin... Also, ich bin vom... Vom Vulkan runter. Wow, dammit. Der Kollege ist hier wieder durch. Ja, der... Der ist vor mir weggerannt. Also, hinter mir hergerannt. Hat sich dann wahrscheinlich jetzt... Abgelassen von mir. Ich brauche noch mehr Polymer. Hast du noch Polymer, Fähchen? Ja. Ich möchte die herstellen wegen dem Level. Ja, okay. Nur noch ein bisschen Polymer. Marco? So, Narzella, wo bist du? Ich bin in den Highlands. Oh, scheiße, das ist ein Blitzrache. Ha! Okay, du bist dann in die andere Richtung weg. Blitzrache in den Highlands? Also, stimmt. Da ist doch die... Da ist doch die Ding... Da ist doch der Übergang. Ja. Ja, ich bin halt. Mal schauen, ob hier meine vorgelagerten Mola noch drin sind. Nein. Okay, stopp. Ich brauche meine Tatschen-Mola. Ich hab noch einen 114er Dankbieler. Mach aber jetzt voll nach Hause, ey. Ich bin zu tot, ey. Ich bin auch mal gefangen. Äh, ein paar Mal, Alter. Die haben mich sowas von zerfickt, ey. Mh. Ein einziger Hände mich vertraut gewesen. Ein einziger Hände mich vertraut gewesen. Ich kann glücklicherweise nicht zählen, der Piek, der mir gefolgt ist. Die Waffen läuft da, hält's. Ich hab ja gesehen, wie überall um mich rum diese Schüsse eingeschlagen sind. Ach, lol. Ich bin die Brinkler. Nein, die Sache ist halt, der Schuss ist halt so schnell wie bei einer Rifle. Ich hab's schon gelernt. Hm. Das war mein Glück. Nehmen wir mal 6 Grad gegen. Ich vermute mal bei mir auch, glaube ich. Ja. Ja. Gegen die Rifle haben ja keine Chance. Ja, die ballert halt so viel Damage, ne. Das Lustige ist, ich hab gerade auf diesen Typen eingebissen und plötzlich kommt der Typ mit dem Trilacoleo. Ja. Ja. Der Typ hab ich ja schon eher auch gegen den gedonnert. Glaube ich. Ich weiß nicht. Muss ich nochmal in der Aufnahme gucken. Ob der irgendwie kassiert hat. Ja. 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 Du kannst halt fliegen, dann kannst du dich auf jeder Situation retten, ne. Wenn du dann noch die Hose hast, dann bist du halt fast. Ja. Der Nachteil ist, du musst halt persönlich Element dabei haben. Ja genau. Und das kostet richtig viele Element dann. Ich wär gut für die Waffen, die alle Elemente beikehren. Ja gut, aber... ich bin immer lahm ich glaube wir bräuchten mal so ein mini räumchen vielleicht mal drei mal drei irgendwo hinstellen dass wir da die angebiete reindungen können weil der raum du solltest aber langsam nach hause kommen fünf minuten nur noch mangos der bär sieht nicht wo die waren waren die nicht gegenüber von teppelgannen wer ist das dsa die mag ich ja jetzt in zwei 3 gigas in stafflein jetzt bin ich gleich wieder beim titen Ähm... Na, ähm... Oder sie hocken noch hier nicht drin. Moment. Ja, Mann. Der Thüler hat 0% Prägung. Also wir haben über 3000 Metall drin. Wir könnten den Tech-Generator herstellen. Ja, zum Session-Ende vielleicht noch herstellen, oder? Oh, Moment. Oh, Mann. Ich schaff's nicht mehr zurück. Wird das bei mir so weitergeht? Ich auch nicht. Wieso schaffst du's nicht mehr zu weit weg? So, wollen wir Teleporter in der Nähe haben? Birgit? Huh? Birgit, räumst du noch mit mir den Dings aus? Äh, ich hab grad noch die Cam Bench. Ich wollt die noch. Äh... Warte mal, äh... Moment. Moment. Ich lebe mal kurz, weil... Wo bist du gerade? Wo genau bist du gerade? Bei DSA, Meissen. Nein, ich brauch den Platz da unten für die... Für die... Achso. Cam Bench. Ich brauch ihn generell mal ein bisschen mehr Platz. Man könnte hier doch rein theoretisch... Ma... Marco? Egal. Was? Ja... 20... 8... Ey... Leckt's grad? Oh... Wahnsinnig. Ja. Wahnsinnig, ja. Was was... Erste Seifers. Seifers. Okay, ich setz'n Teleporter, komm ich geh jetzt noch zurück. Kommt rein! Ich schaff's nämlich. Ihr Zick. Ja, ich schaff's, wenn ich den Teleporter dabei hab. Dchen? Ja. Könnte man hier nicht rein theoretischen Durchgang machen, dass er noch ein bisschen mehr Platz hat? Macht erstmal jetzt hier Platz für den, dass Dureforge aus den Mörsern den Staff rausholen. Also... Ich hab... Be... Jo, ich kann ihn nicht rein. So, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ist nicht schlecht daran, dass du so viel Gewicht hast. Ich glaub, mag mal den ganzen Stein hier in den Schrank rein. Ich hab ne Tatsache, bei dir in der Nähe ist wirklich kein einziger. 37, 38 ist... Den Quatsch noch weg? Wiechen? Weil 37, 38 wäre der einzige nahe. Will ich in die Forge noch weg? Äh, ne, jetzt nicht. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin verstecklich halt irgendwo auf einem Berg, wo keine Tiere sind. So, Longlegs auch geladen. Das nächste Mal. Kurt? Stell dir einen Krieg auf neutral. Was? Was? Meint Indy. Krieg auf neutral und sich folgen lassen. Uh, sexy Post, Marcel. Oh, und die mal fordern. Genau. Ja, das hab ich hier mal mitgebracht da. Hat irgendjemand getanked. Ich bin bei der Aktion auf dem Pillar. Okay. Und hab mich das noch in den Duschen gelegt. Das ist der Vorteil am Chilacoleo. Hehehe. Aber DSA ist genau der Adminplatz. Das, wo Bessalun steht, steht die Hauptwelt. Okay. Okay. Die kennt sich aus. Noch mal ein Save? Ja, noch mal. Kommt rein. Bis jetzt war erst einer, oder? Es fällt noch ein. Zwei waren schon. Das war's. Hehehe. Ja. Ich provozier's lieber nicht. Du machst nix. Ja, deshalb wird ordnungsmäßig runtergefahren. Ich freu's kaum noch, dass wir World Save. Gut. Dann. Bis next week. Ich hab' gerade erst mal Aufnahmenabgang. Warum ist mal Aufnahmenabgang? WTF? Aber, Punkt genau. Ich mach' mal, Festsplatte ist voll. Aber es hat gelangt. Wie ist das ein élect Britannisch? 차� ребята! Apa das ist? Nein, das ist wieder zuv율ig! Du bist sowas. Du bist sowas! Woko altEN H prestst! Du bist extra, warum... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020